Und da hat sie erzählt, dass sie heiratet und mich gebeten, ob ich vielleicht am Polterabend auflegen kann. Ja, was? Soll ich mir den Rest meines Lebens alleine machen, nur weil du mich vor zwei Jahren verlassen hast? Davon ist nicht auszugehen, wenn du alles vögelst, dass bei drei nicht auf den Bäumen bist. Wie bitte? Weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als deine beste Freundin mir berühmärm von diesem Snowboardswerk erzählt hat? Zum Zeitpunkt des Verkehrs war er über 18. Das war nicht mal eine Woche, nachdem wir, nachdem du, nachdem du dieses Hals am Haus gebumst hast, einen Tag vor unserer Hochzeit. Und das willst du mir jetzt ein Leben lang... Mömi, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten! Winterbuss Wirst du auf Pizza? Ja. Scheiße. Das Geld ist weg. Wer ist denn so asozial und klaut auf einer Party Geld? Ich habe das Geld genommen. Ja, Mann, Ben will die Kohle jetzt immer schon gleich. Du gibst unser letztes Geld für beschissenes Dope aus. Das ist nicht beschissen. Hier, reiß. Kein Bock. Das ist nicht beschissen.